hallo ihr lieben hier ist der joe aus der bastel oase so jetzt kommt mal das versprochene tutorial für ein mini foto album diesmal wird im vintage stil haben sich ja auch viele von euch gewünscht und hier könnt ihr schon mal sehen was man unter allem anderen so alles braucht also ihr braucht natürlich papier ich habe hier schon mal ganz viel zurecht geschnitten der braucht ihr vor allem für die hintergründe braucht ihr karton ich habe hier von action diesen block das ist glaube ich 210er kraftkarton der ist ganz gut der halt ein bisschen stabiler ist dann brauchte natürlich motivpapier ich habe hier von la blanche mal durch meine papiere genommen und mal so ausschnitte genommen die so richtung vintage gehen und dann habe ich schon mal ich mache ja immer kleine tags habe ich mir hier schon mal kleine zurecht gearbeitet so kleine abschnitte gemacht und dafür auch schon mal hintergründe die maße sage ich euch dann gleich noch mal und dann braucht ihr natürlich als grundmaterial briefumschläge das sind hier c6 briefumschläge aus kraftpapier davon braucht ihr bei der größe die ich mache sieben stück dann habe ich hier einmal meine gute linoleum rolle eigentlich die ist gut zum andrücken lässt sich sehr gut mit arbeiten dann natürlich klebstoff eurer wahl ich habe hier den 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 all purpose glue von action dem arbeite ich ja sehr gerne der lässt sich gut verarbeiten und das hier ist so eine flasche die ich mir geholt habe wo man den umfüllen kann weil man mit der besser arbeiten kann die hat oben nämlich eine schöne kleine spitze kann man besser mit dosieren und für die kanten bei diesem ausschnitten in diesen kleinen ist immer gut wenn man die kanten einmal ein bisschen einfärbt dazu habe ich halt einmal ein stempel hier quasi und einmal stempel farbe hier habe ich ground expresso das ist glaube ich mal von kräfte die habe ich immer geholt oder über funkelkram oder so da haben die auch und macht einen ganz schicken er macht einen ganz guten ran weil es ein bisschen abdunkelt aber nicht zu dunkel passt ganz gut zu vintage kann natürlich auch eine stempel farbe nehmen was sie so da hat quasi was sie natürlich noch braucht ist was zum papierschneiden da habe ich diesen papierschneider könnt ihr auch einen anderen nehmen hier ist halt der vorteil dass er gleich die maßeinheit hat und hier das und zusätzlich hochklappen unterlegen finde ich besser als diese großen kantenschneider kann ich besser mit arbeiten aber jeder so wie er kann und halt hier ist ein schneidermesser drin was man austauschen kann und gleichzeitig halt so ein prägetool man kann damit schneiden und prägen und hat natürlich die maßangaben und zwar sind die in zoll und in zentimeter das ist ganz praktisch was wir noch brauchen ist washi tape das habe ich mir gerade noch nicht zurecht gelegt gehabt das will ich nur kurz gucken ob ich hier was selbst muss ich gleich noch mal ausstehen so eine ganze kiste voll gucken ob da was bei ist vermute mal muss gleich noch mal die anderen kisten ran die wir haben damit das farblich einigermaßen passt wie ihr seht haben wir da jede menge von aber das braucht man doch immer weil teilweise lassen sich damit ja auch standen so schön fixieren und ähnliches deswegen ist das immer gut davon was da hat zu haben gut ich organisiere mir noch mal kurz passendes washi tape und dann geht's weiter so da bin ich wieder habe mir washi tape versorgt ich nehme aber diese farbe wenn ihr sie im hintergrund husten hört das ist andrea der geht es immer noch nicht wirklich gut der geht zwar etwas besser aber die husten ist immer noch sehr doll die braucht noch ein bisschen ein bisschen wieder videos machen kann die wird wahrscheinlich erst so am wochenende oder anfang nächster woche wieder videos machen können wenn sie halt so weit wieder gut geht aber sie ist auf dem weg der besserung so dann fangen wir jetzt mal an ich muss mal ein bisschen beiseite legen großen schreibtisch trotzdem zu klein dann haben wir einmal hier die briefumschläge davon brauchen jetzt erst mal fünf stück dann nehmen wir den ersten ganz einfach da macht das hier einmal die flasche zum umschreiben einmal rein schiebt so die brauchte nicht fixieren die wird nachher von außen verschlossen dann nehmt ihr den nächsten umschlag und zwar so rum dass die eigentlich klebrige seite nachher nach unten ist das macht aber nichts und dann macht ihr ganz einfach schön ein bisschen kleber drauf hier nicht zu doll in die ecken weil die nachher mit ein bisschen raus stehen eventuell dass das nicht so übermatscht und hier unten so ein bisschen auf der nase nicht zu tief immer schön kleber drauf gut an diesem kleber ist dass er sich nachher auch schön verstreichen lässt dann hebt man sich einfach ein bisschen an und dann müssen wir gucken dass man das hier so reinsteckt nach möglichkeit gucken dass könnte hier schön gerade ist dass das nachher zum wenn ihr das nachher umfaltet wenn wir gleich das hier möglichst gerade kanten gibt und dass das nachher besser gearbeitet schön andrücken hier dann einmal umschlagen kann man auch gerne so habe ich so alles kann man auch gut einfach mal angehen dass die kannte schön nächsten umschlag den machen wir genauso diese alben sind an sich relativ einfach herzustellen vom grund sind auch relativ schnell gemacht also ist das was man durchaus locker und einfach fertig kriegen kann ihr seid ein bisschen vorarbeit mit den ganzen ausschneidungen also die ganzen zurechtschneiden gut ist wenn man sich die maße dann immer einmal aufschreibt dann weiß man das immer welche man da hat die briefumschläge haben maße die haben 17,5 x 12,5 also 17,5 x 12,5 x 12,5 x breit und dann mache ich das ja immer dass ich die auflagen dementsprechend größer mache ja das war also quasi immer so ein bisschen rand ist kleiner rand immer zu sehen ist Das sieht einfach ein bisschen schicker aus. Na, hier habe ich ein bisschen soll gemacht, aber das macht in diesem Fall nichts. Jetzt ist es noch nicht so schlimm, wenn hier ein bisschen Kleber noch drüber kommt, weil da ja nachher noch was drüber kommt. Das kann man ganz gut wegwischen. Wie gesagt, es geht mit dem Finger oder mit Feuchttüchern, dann kriegt man das auch gut weg, wenn man gleich weg macht. So, dann noch einmal schön die könnte ein bisschen. So, und den letzten Umschlag, ich habe jetzt hier vier, den letzten für der Außen, den machen wir nicht so rum, sondern einmal so rum rein. Der wird immer einmal umgedreht. Das ist die Abschlussseite. So, und den hier auch einmal. Der will gerade nicht so ganz. So, dann habt ihr den Grund einmal fertig. Ich mache das immer einmal, weil ich gerne ein bisschen verpeilt bin, schlussendurch, wie ihr wisst. Markiere ich mir einmal die Vorderseite. Das ist für mich dann einfacher mit dem Arbeiten. Dass ich nachher nicht irgendwie hin und her drehe, weil ich irgendwie verwirrt bin, sage ich mal. So, jetzt haben wir die fünf zusammen. Und jetzt kommen die letzten beiden, die man hier jetzt quasi nochmal so zum Aufschlagen hinmacht. Die werden halt auch wie die anderen draufgeklebt. Das Papier könnt ihr natürlich bei dieser Lasche, da die vollständig verschwindet oder in dem anderen Papier, euch ein bisschen großzügiger sein, was die Klebefläche angeht. Und das ist schön wie die Täter dann dachten. Schatze? Ja, einen Moment mal kurz. Ja, ich musste mal kurz gucken, was Barney eingestellt hat. Aber nichts weiter. Er hat noch zwei, drei Kantons rumgeschmissen. Das macht der ja immer gerne. So, jetzt habe ich den hier angeklebt. Wie gesagt, einmal hier drüber. Seht ihr die Kante? Da würde ich auch hier möglichst genau arbeiten. Das ist der erste. Dann hat man hier die Aufklappseite. Dann die mittlere Seite, da lasse ich einen frei. Und dann mache ich das hier, bei der vierten Seite kommt der nächste ran. Ja, wird dann genauso geraden gemacht wie der andere auch. Ja. 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 Ja... Ja. Ja. und dann habt ihr dann hier die letzte seite da ist wieder keiner dran das haben wir zwei von den aufschlag lachen sind die sieben dinger so sieht es nachher aus kann sollten möglichst gerade sein dann lässt es nachher besser arbeiten und bei denen einmal bei den beiden zum aufschlagen so wie bei den mittleren da kommen wir nachher diese taschen rein also da kommen diese einschübe rein dann muss ich das einfach immer mit dem papier schneiden dass ich hier die kante mal kurz meine brille abnehmen das ist ja nicht für nahe sicht einmal kurz hier auflegen wirklich dass es ein stückchen übersteht ich schneide wirklich nur so ein streichchen ab damit das halt dann offen ist hier einmal bei dem aufgeschlagenen bei den mittleren mache ich das auch einmal da kommt ja auch eine tasche rein ihr könnt das natürlich theoretisch auch vorher machen dann müsst ihr halt nur nachher natürlich beim zusammenkleben gucken dass ihr die an die richtigen stellen klebt ist so eine sache deswegen mache ich das lieber später weil das ist bei mir so eine potenzielle fehlerquille beim zusammenkleben und somit sind sie dann hier offen dass man danach die einschübe rein kann jetzt nur kurz gucken wieder richtig so gut und jetzt kommen die hintergründe rein der hintergrund der erste hintergrund so der erste rahmen in diesem fall gleich den weißen rahmen ich habe mir die hier zum mal zurecht geschnitten die sind jetzt jeweils einen halben zentimeter also fünf millimeter kleiner als der rest das heißt in diesem falle sind die 17 x 12 zentimeter aber ich bin gerade ein ticken zu schnell die maße stimmen aber seht ihr da seht ihr ich bin auch immer gerne etwas verpeilt bevor wir hier rein kleben und zwar verstecken wir mit dem washi tape einmal die kanten die knickkanten wir sind ja noch ein bisschen belasteter wenn man das benutzt und wenn man dann washi tape dran macht dann sind die doch nachher etwas stabiler so was ich hier doch als ganz hilfreich erwiesen hat ist das washi tape auch zusätzlich einmal mit etwas kleber zu bestreichen weil das sonst bei dem ständigen hin und her knicken auch die eigenschaft hat dass die könnten sich doch ein bisschen anlösen ja und ich habe dann bei gebrauch immer mal wieder die kanten so ein bisschen lösen können deswegen brauchen doch ruhig ein bisschen kleber noch drauf umso besser hält das auch je nachdem was für washi tape man hat ist klebekraft eben auch nicht so besonders stark deswegen lohnt sich das und am besten einfach ein bisschen so schneiden das halt oben und unten ein bisschen was übersteht da kann man das kann man ja nachher dann einfach schön abschneiden das könnte etwas einfacher so 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 wie noch hier in den vergängen natürlich auch und drücken das ganze gleich schon mal hier also diese stellen hier die herr ich mal überhassig damit bezogen von tonic studios ich weiß nicht wie lange ich die schon benutze und wie viel ich damit schon geschnitten habe aber die schneiden immer noch super da kann man sogar selbst dünneren draht durchschneiden und die sind immer noch scharf also die sind auch wirklich wirklich gut zum basteln geeignet finde ich also ich kann damit sehr gut arbeiten das besser ist mit so kleinen chen jetzt habe ich hier die kanten das macht die jetzt einmal durch das mache ich jetzt zu ende und dann geht es weiter so jetzt habe ich das washi tape überall angeklebt über die kanten schon ein bisschen abgeschnitten den falschen kann man machen und jetzt kommt aber wirklich der hintergrund der jetzt hier drauf kommt wie gesagt jeweils einen halben zentimeter weniger aber die habe ich jetzt auch 17 x 12 zurecht geschnitten das hier ich habe mir kurz ein bisschen näher und das sehen jetzt ist hier nämlich über alles und leicht daran zu sehen von dem gerichtumschlag danach ist und das hat einfach ein schöneres fest mit diesem haben natürlich selbst und dann auch hier kleber drauf das gut über diesem kleber ist auch dadurch ein bisschen flüssig ist generell man kann halt auch gelegt hat noch ein bisschen schieben nicht zu doll an den rand gehen dann die klebeflächen das ist ja schnell über das machen wir jetzt natürlich so weiter wenn man jetzt normales weißes papier nimmt und durch normales 80er gramm papier oder so nehmen würde für die hintergründe wäre das mal die stabilität natürlich nach wenn ich gern so gut und wie ist es da schon das wird sich immer doch durchaus auch später noch ein bisschen zu sehen und hier ist ja jetzt der einschub da muss man eine sache beachten das vergesse ich selber mal gerne und zwar wenn ihr da jetzt natürlich die rückseite voll bad schon darauf macht klebt ihr das hier zu und nachher konnte ja von der seite soll ja was reingesteckt werden und wenn der jetzt hier kleber ist dann packt das zusammen und dann geht das natürlich nicht richtig theoretisch kann man es nachher vorsichtig auch wieder ein bisschen auseinander arbeiten aber das ist natürlich eine sauerarbeit und die gefahr ist dass es reißt deswegen ist es auch so eine fehlerquelle naja mache ich das dann hier immer wir wissen dass wir hier relativ dicht an den rand drangehen dann möchte ich das dann in diesem falle immer dass ich mir hier einmal selber den rand setze und in diesem falle den kleber schon auf den briefumschlag mache nicht zu dick an den rand da kann man hier schön machen hat den vorteil dass man hier auch gleich mal gucken kann hier in den eckkanten gehen die teilweise aufgeschnitten hat kann man natürlich auch gleich noch mal kleber setzen und dann auch hier einmal ein bisschen abstand und dann drücken jetzt ist es nämlich dass natürlich jetzt hier die tasche einfach immer noch frei ist und nicht zusammengeklebt ist und dann machen wir nicht so aufgeht und dann können wir noch etwas nacheinander arbeiten ja aber die tasche innen ist jetzt schön auf hier auf dieser seite macht ihr natürlich ganz normal wieder schön kleber drauf jetzt hier ist der rand jetzt natürlich nicht ganz so toll wie bei dem anderen dass der briefumschlag über bleibt weil hier natürlich dadurch dass er hier ein bisschen was angeschnitten hat theoretisch könnte man das jetzt natürlich machen dass man den hintergrund hier ja ein zwei millimeter weniger macht das geht ja auch ganz gut so und so macht man jetzt natürlich einmal komplett weiter bis man halt überall den weiten hintergrund hat und dann geht es weiter mit dem motivpapier so jetzt noch mal eine kurze zwischen information das ist mir gerade eingefallen beim machen und zwar für die taschen wo die einstübe kommen muss ja noch eine kleine ausbuchtung rein ich habe die jetzt vorher gemacht und habe auch auf den papieren das schon mal gemacht und zumindest bei den letzten bei den anderen habe ich das jetzt auch schon mal gemacht bevor ich die letzte schicht drauf klebe man kann es zum glück noch öffnen weil wenn schon alle papiere drauf sind nachher dann ist das teilweise etwas zu dick so dass die stanzen ich habe hier so einen kreis stanzer und wenn das zu fest ist kommt man mit den stanzen nicht mehr richtig durch und deswegen ist es ganz gut eigentlich wenn man es von vornherein macht oder wenn man erst eine geschicht eine lage von dem karton drauf hat plus brichtpapier das geht meistens noch dann kann man das ein bisschen aufmachen dass wir reinschieben und ich markiere immer einmal vorher kurz einmal die mitte wenn ich weiß wo die mitte sein muss damit das mittig ist ungefähr peilt es ungefähr an schiebt das ganze nur so nur so ein teil rüber so ungefähr wie viel ich will und macht das dann halt wie gesagt am besten geht es wenn ihr das feuer einarbeitet und nicht wenn schon alle papiere drauf geklebt sind weil dann wird das ganze halt ein bisschen ein bisschen zu dick und viele stanzer schaffen das dann nicht richtig und man macht sich nur unnötig nühe oder der rand wird eben kann eben auch unsauber werden so das nur kleines schützen update jetzt werde ich in ruhe weiter die hintergründe drauf kleben und natürlich werde ich dann nachher wenn ich das motivpapier drauf klebe das entsprechend dann auch ausstand so ich habe nun habe ich noch mal ein bisschen vorbereitet ich habe nun den hintergrund überall eingeklebt sind aussperrungen hier gemacht die sein müssen und jetzt klebe ich einmal den die papiere ein ich habe mir noch so ein bisschen von der planche im vintage stil herausgesucht die ich so ganz schick fand die passen da ganz gut rein das mal als erstes da ist das prinzip genauso so mit dem hintergrund eigentlich ganz einfach wieder schön klebe drauf schauen wie ihr es genau haben wollt dass der abstand überall ungefähr gleich ist und was ich ja auch immer mache ist dass ich ja in einer ecke so einen kleinen kleinen teckchen noch aufklebe bei dem man dann später also quasi so als eine kleine foto ecke wo man ein foto hinter stecken kann ich kenne mich meistens so hinten unten in die ecke ich habe da schon mal jede menge vorbereitet die haben jetzt die größe der hintergrund ist 2,5 x 2,5 cm und das motiv ist in diesem fall ungefähr 2 x 2 cm das war bei dem bei den motiven die sind auch von la blanche jetzt vorgegeben deswegen habe ich jetzt diese maße genommen aber da kann man auch mal gucken je nachdem was für ein hintergrund was für motive man nimmt dass man das dementsprechend so recht schneidet oder wie es angefällt viel kleiner würde ich sie allerdings nicht machen als diese zweieinhalb zentimeter weil sonst hat man zu wenig es muss ja ein bisschen halt bieten für so ein foto dann kann natürlich alternativ auch noch mit fotoecken arbeiten aber so ist das schon ganz gut dass man ein foto einfach so hinter stecken kann und dann kann man es natürlich schön schnell mal auswechseln ist natürlich auch nicht verkehrt so und die dinger sind ganz einfach gemacht wie gesagt die motive einmal ausgeschnitten nehmen wir einmal einen stempel und entsprechenden stempel küssen ich habe hier immer mein nehmen wir das ground expresso damit führe ich jetzt hier einmal die kanten ein gehen noch besser aus als wenn die so ganz weiß sind und dann werden die ganz einfach aufgeklebt jetzt herausrichten und andrücken kann man schön auch mit der rolle noch ein bisschen rüber gehen die kleinen trotzdem gerne verrutschen dann und so schnell hat man so eine kleine fotoecke selber hergestellt die klebe ich immer ich nehme es hier schon mal schon mal das fertige dann nehme ich persönlich immer klebeband ein doppelseitiges damit ich eine gerade klebekante habe ich glaube hier das ist jetzt mal das von wirklich bezogenen zwei kanten ich schlussendurch einmal noch mal dass ich die richtigen kanten beklebe und das sieht man sonst auch gerne dass ich die falsche nehme das motif nachher auch richtig rum ohne zu sehen ist mal abholen so da hatte ich gerade kurz mal nicht mitgekriegt dass mein akku alle ist ich habe das hier unten schön in der ecke einmal aufgeklebt so dass man da jetzt gut ein foto hinter stecken kann und ich zeige euch gleich nochmal wie man das macht ist jetzt am einfachsten falls das vorher richtig drauf war genau ich nehme es einfach hier da passt das ganz gut hin finde ich noch schön kleber drauf wenn das im untergrund mal so ein bisschen husten und so das ist andrea immer noch und drücken gut geht sowas aber auch mit klebeband was sich so abreißen lässt das gibt also doppelseitiges klebeband hat sich einfach so reißen lässt ist auch gut mit zu arbeiten dies hier hat den vorteil dass es so richtig stark geklebt wenn der tipp zum abholen ist auch noch das mit den nägeln nicht so gut klappt ein bisschen besser die könnten abholen weil das hier doch oft ziemlich primärlich ist wie gesagt immer so ein L hinten drauf und dann einmal schön unten in die Ecke so geht das am besten und dann kann man wie gesagt einmal schön da ein Foto beispielsweise hinter stecken und eine Sache zeige ich euch gleich noch und zwar jetzt hier ist es ja hier muss ich ja einmal ausschneiden da guckt ihr auch wie immer erstmal welches Motiv ich da noch nehme dann haben wir das nochmal das passt ganz gut so und da mache ich das wieder dass ich mir mit meinem Lineal hier kurz die Brille abnehme einmal die Mitte anzeichne dann haben wir 16,5 Mitte von 16,5 ist 8 3 ungefähr dann setze ich mir aber schön an der Kante einmal einen kleinen Punkt mit dem Bleistift der Vorteil ist dass da ja ausgestoßen wird und daher nachher nicht zu sehen ist wenn ich hier die Mitte habe dann nehme ich mir einfach einen Kreisstand an meiner Wahl dann schliegt er so ein Stück rein ungefähr so weit wie ich das haben möchte in diesem Schlanzer sind so kleine Seitenteile da kann man so ein bisschen sehen da kann man so ein bisschen dran peilen wie weit man ungefähr drin hat und das dann dementsprechend ist man muss ja anpassen die Mitte muss man ein bisschen abschätzen das sieht gut aus würde ich sagen und dann einmal zack einmal stanzen und dann hat man hier auch den Ausschnitt hat hier auch ein bisschen den Rahmeneffekt und dann passt das da genau drauf da kann ich nochmal eben schnell drauf da kann ich nochmal eben schnell drauf und jetzt zeige ich auch gleich einmal so ein Einschub wie ich das mache da habe ich mir schon zurecht geschnitten gut müssen wir das wegpacken und das zum Öffnen einschub so für die Einschüge da müssen die natürlich ein bisschen kleiner sein das was da reinkommt weil das natürlich im Umfang ein bisschen kleiner ist da habe ich auch einmal dieses Kraftpapier genommen diesen Karton von Action und habe das geschnitten auf Höhe 17 und Tiefe habe ich gemacht 11,5 damit das eben richtig gut reinpasst und zusätzlich habe ich mit so einem Eckenstanzer hier einmal die Ecken abgerundet dann lässt sich das noch ein bisschen besser einstecken und die passen jetzt nämlich schön da rein schön bündig dass sie hinten nicht zu weit durchgehen und durch die Kante hier vorne kann man die natürlich rausziehen ich mache dann nachher immer noch was dran zum rausziehen da kann man entweder nur so einen Halbkreis mit Pappe ran kleben ich mache das immer mit der Crocodile Eimer dass ich hier einmal durchstand so ein kleines Bändchen rein mache das finde ich persönlich am schönsten das zeige ich euch dann nachher auch nochmal und dann muss man hier natürlich die ganzen Sachen anpassen also auch hier wieder jeweils einen halben Zentimeter weniger genommen damit man dafür schon drauf kleben kann also es ist nach wie vor viel Arbeit bei diesen Alben es ist so ein bisschen Fleißarbeit weil man halt durchaus doch immer wieder viel die gleichen Schritte macht auch im Zuschneiden aber bei diesen kleinen Alben gerade geht das doch relativ zügig das zu machen und dann kann man schön das zusammenkleben und hat einfach ein schönes kleines schönes kleines Album schönes kleines Geschenk das ist so ein schönes kleines Mitbringsel kann man hier in ganz vielen verschiedenen Machen machen wie es derjenige haben möchte der es geschenkt bekommt oder wie man es selber haben möchte also das kriegt man locker innerhalb von einem Tag ohne Probleme fertig wenn man ein bisschen macht wie gesagt die ersten 2-3 Male muss man immer noch mal gucken aber dann hat man das eigentlich auch irgendwann drin so bei diesen Papieren mache ich einmal einmal Vorder- und Rückseite weiß das irgendwie okay so okay so wie wie so wie 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 Beide Seiten haben wir das weiß und da mache ich immer nur auf eine Seite Motivpapier drauf, die andere Seite lasse ich einfach weiß. Da kann man sich überlegen, ob man ein Foto reinsteckt oder ob man sich vielleicht was draufschreiben möchte oder wie auch immer. Ich mache bei den das hat jetzt noch die Maße von 16 x 10,5 in diesem Fall das Motiv. Da kann man die Ecken abstanzen und dann klebt man das da auch ganz nochmal drauf. Mal gucken, dass der Abstand im Vergleich ist. Und so schnell ist auch der Einleger soweit fertig. Jetzt kann ich euch das nochmal zeigen, wie ich das mache mit der Crocodile, die ich gerade habe. Da habe ich hier die gute große, damit ich das mit meinen Fingern am besten kann, weil ich da notfalls mit der ganzen Hand drücken kann und nicht mit den Fingern so viel Kraft aufwenden muss. Dann kann ich hier oben verstellen auf die nötige Lochgröße, die ich brauche. Auch da mache ich mir immer mit Bleistift eine kleine Markierung, wo ungefähr die Mitte ist. Also wo genau die Mitte ist in diesem Falle. Am besten mit Bleistift, weil die können wir weg allieren. Und dann gucke ich hier mal einmal. Natürlich nicht zu dicht am Rand, damit das nicht ausrunzt. So, dann hat man einmal schon mal das Loch. Und man könnte das jetzt noch ein bisschen weiter reinmachen. Das ist jetzt schon relativ dicht am Rand, aber das dürfte noch gehen. Und dann kommen wir einmal diese kleinen Magnetendinger hier rein. Die hat eigentlich auch Füße, die habe ich jetzt noch auf die Schnelle nicht herangeschoben. Dann könnte man sich auch besser beiseite stellen. Dann einmal hier oben wieder umstellen auf die. Und dann kann man hier vorne das zum drücken. So, dann hat man jetzt hier einmal schön... So, da seid ihr einmal diese Niete rein gemacht. Wie stabilisiert das Ganze hier am Rand natürlich auch noch ein bisschen. Und da mache ich dann nachher ein Band durch. Da muss ich mal gucken, was für eins... Und dann habt ihr den Einschub soweit auch fertig, dass der dann hier rein kann. So, ich mache das Ganze jetzt noch mal zu Ende. Ja, kurze Schüsse, bevor ich zu Ende mache. Hier mache ich auch vorne und hinten einmal einen Tag darauf. Allerdings mache ich die hier... Ja, ne, die können auch nach vorne. Ja, ich mache die auf dem Vordergrinde. Dann kann man sich überlegen, ob man die nach hinten macht. Deswegen einschieben, weil das teilweise besser geht. Aber eigentlich geht es auch vorne. Ne, das mache ich jetzt nochmal schnell. Den mache ich auf der Vorder- und der Rückseite. Damit man auch auf der Rückseite bei Bedarf ein Foto oder ein Kärtchen oder was auch immer hinterschieben kann. So. Töne ich jetzt einmal hier drauf. Schön ein bisschen anrücken. Und dann hat man schon den ersten Einschub fertig. Dann schiebt man den da rein schieben. Und dann kann man dann halt auch noch ein 10x13 Foto oder was. Diese kleinen, die kann man natürlich super hinter stecken. Da reichen die Maße. Und dann hat man hier einen schönen Einschub. Wie gesagt, da kann man auch ein schönes Band durchmachen. Dann sieht das toll aus. Oder halt, man kann auch, ich will mal kurz zeigen, was ich meine, was man da auch machen kann. Das ist jetzt von einem anderen Projekt, was ich mache. Kann man natürlich auch aus Pappe sich hier einfach so einen Haltkreis ausstanden. Wie zum Beispiel den Kreis hinhalbieren. Und da ran kleben. Da würde ich dann auch raus gucken. Könnte man dann halt auch schön zum rausziehen benutzen. Ein bisschen so, wie man es mag. Ich finde halt diese Variante mit dem Benzel sehr schön. Deswegen mache ich das immer so. So mache ich das Ganze jetzt weiter. Klebe das alles zu Ende. Und dann geht es weiter mit der Außengestaltung. So, nun habe ich das Ganze innen fertig. So rum. Dann habe ich meine Dinger drauf. Meine Einschübe sind fertig. Also innen ist es soweit komplett. Und nun zeige ich euch, wie man es außen gestaltet. Und zwar fangen wir an damit, dass wir quasi an dem Buchrücken arbeiten. Das Ganze hier muss ja stabilisiert werden. Wenn das hält. Dazu nimmt man einfach auch nochmal so Kraftpapier. Am besten hier so 2,5-10er Karton oder was das ist. Das ist dasselbe Papier, was ich drinnen genommen habe für die Hintergründe und so. Das geht ganz gut. Das müssen wir uns jetzt einmal zurecht schneiden. Und zurecht messen. Und als erstes messe ich deswegen die Dicke des Albums. Und ich nehme dafür die dickste Stelle. In diesem Fall ist das hier die Unterseite, wo auch die Tags kleben. Natürlich für die Fotoeinschübe kleben. Da ist es am dicksten. Da drückt man das einmal zusammen ein bisschen. Am besten damit man dann nachher schon ein bisschen Spannung hat. Und ich komme auf... Moment. Moment. Und hochnehmen. Ja, 1,7. Also ich habe hier 1,7 cm in der Decke. Wenn ich es zusammen drücke. Den muss ich jetzt hier natürlich so gesehen rausarbeiten. Ich habe hier schon mal ein Stückchen genommen. Das müsste reichen. Also ihr solltet oben hier auf der Vorderseite ja so mindestens 3 cm haben, die ihr kleben könnt. Das reicht in der Regel, aber die solltet ihr haben, damit ihr hier genug Fläche habt, um aufzukleben, damit auch Kraft ist. Und der Rest zeige ich halt später, wie es gemacht wird. So, das Papier hier ist jetzt 7,9. Davon 3,7 ab. Tata. Wer kann rechnen? 7,2. 4,2. Ne, 1,6. Quatsch. 6,2. Also 3,1. Jetzt zur ersten Prägung. Das ist gleich wichtig. Kopf rechnen vor gelaufener Kamera. Das ist nicht gerade meine Stärke, wie ihr merkt. Also erstmal schneide ich das auf die Länge des Buches zurecht. Ne, des Albums. Das hat ja... Ja, 17,4. Nicht ganz 17,5. Dann habe ich ja nochmal einen guten Schneiger hier. Da haben wir einmal 17,4. Ja, stimmt. So, und jetzt darf man es noch einmal beiseite schieben. Jetzt brauche ich hier nur den Präger. Und, was hatte ich gesagt, 3,1. Also, tut euch am besten selber einen Gefallen. Schreibt es auf. Ich habe es jetzt mal gerade nicht gemacht. Aber, ne, dann kann man das nur kontrollieren. So eine Stunde nicht nachmessen. Also, ich bin so ein Kandidat. Ich vergesse das dann. Entschlussendurch manchmal auch. Deswegen lieber einmal mehr aufschreiben. Umso weniger muss man nachher machen. So, dann habe ich jetzt hier schon mal eine Knickkante geprägt. Für das Buch nachher. Das Ganze jetzt natürlich auf der anderen Seite auch nochmal. So, ich habe mir jetzt angewöhnt, also diese Seite, wo die Falz ist, die nach innen zu machen. Jetzt klicke ich das Ganze hier einmal schon mal um. Um das Ganze schon mal in Form zu bringen. Jetzt haben wir das hier schon mal. Jetzt können wir nochmal einmal gucken, ob das gut passt. Ja, unten auf jeden Fall. Oben jetzt nicht ganz so. Ja, das wird gehen. Genau. So, unten passt das sehr gut. Oben können Sie sich da ein bisschen anpassen. Dann kann der kurz beiseite. Dann brauchen wir ein stabiles Klebeband. Also, ich arbeite hier immer mit doppelseitigem Klebeband. Ist am besten. Also, ich kann damit am besten dann um. Und dann gehe ich einmal hier hinten. Einmal hier hinten so direkt an der Kante längs. Das ist ja schön, dass der an der Kante direkt möglichst viel Klebekraft schon hat. Weil da muss es stabil sein. Das Ganze auf der Rückseite natürlich auch. Das Ganze auf der Rückseite natürlich auch. Und dann können wir zwei Reihen nebeneinander machen. Das ist hier ein bisschen länger das Ganze. Und dann drücken. Und dann drücken. Kann man natürlich auch mit dem Roller nochmal rüber geben. Also, das Ganze natürlich. Das Ganze natürlich. Auf beiden Seiten. So. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. hier. Dann auch in der Rücken. Auch einmal an die vordere Kante. Ganz schön an die Kante ran. Da schon mal die Kraft abgenommen wird. Quasi. Das Ganze auch auf der Rückseite. Und dann mache ich das in der Regel, dass ich hier die untere Kante. Mindestens. Also die äußeren Kanten mache ich nicht. Die untere. Auch einmal bis zum Knick. Arbeite. Die Mitte können wir auch noch einmal machen. Ein bisschen Knick. Also ich habe hier jetzt Klebeband. Das ist jetzt nicht gut mit dem Finger reißen. Ihr könnt hier unten. Also ich mache einmal hier die Kanten mit dem Klebeband. Was ich hier gut reißen lässt. Wie gesagt, das könnt ihr auch natürlich anders machen. Könnt ihr auch schneiden. Ich mache es gerne damit. Immer schön einmal an die Knickkante ran. Hier auch. So und dann fange ich an, dass ich erstmal nur eine Seite beklebe natürlich. Und hier erstmal auch nur auf einer Seite das Klebeband löse. Also nicht das Klebeband, sondern die. Nehmen wir schon. Ja komm. Das einmal. Einmal so. 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 Ne. Ihr kennt das ja. Einmal das machen. Schreibt euch Wartemusik vor. Ding, 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 ding. Ähm. So. Ja, ihr wisst ja. Ich bin noch ein bisschen durchgeknallt. Aber insofern macht das Leben Spaß. So. Jetzt einmal hier auch erstmal die Oberseite, einmal das lösen. Dann einmal schön knicken, dass man die Kante hier gut hat. Und dann am besten einmal hinten anlegen und dann gucken, dass man hier möglichst gegen den Knick schön genauer an die Kante packt. Ne. Dass er hier hinten schön abschließt. Ja. Dann haben wir hier das schon mal auf der einen Seite. Einmal schön ein bisschen festrollen, dass das richtig rangeht. Ne. Weil jetzt hier seht, die Oberkante ist jetzt schön. Ne. Muss das anders halten. Entschuldigung. Die Oberkante ist einmal schön dran. Ne. An dem Ganzen. Und jetzt machen wir einmal die Unterseite. Die Unterseite kleben wir jetzt auch einmal fest. Genau das gleiche Prinzip wo oben natürlich. Jetzt können wir hier alles lösen. cry GMT. Mehr T-Mik. In. Ne. 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 auch einmal hier mit dem knick schön gucken dass wir schon auf der kante ist hier schön und dann auch hier das ganze schön einmal richtig fest auch die könnte wieder gut und dann kann man das mal ausprobieren auch manchmal ist das genau das hat er jetzt wieder er springt jetzt hier manchmal beim aufmachen ein bisschen über beim ersten mal das liegt er unter anderem daran dass das halt oben der abstand nach unten nicht ganz so genau also ich glaube nächstes mal muss ich mit dem text mal gucken dass ich die wanders hinklebe klappt man manchmal so leicht über das spielt sich aber nach einer zeit ein nur jetzt mal so ein bisschen einknicken das ist nur ein bisschen widerstand aber es funktioniert und das spielt sich mit der zeit ein bisschen ein also nicht wundern aber so bei der zweiten seite und so geht es dann also da lässt sich jetzt gut blättern und der rückseite besten auch ruhig ein bisschen mit kraft ist ein bisschen nach biegen dann bleibt nämlich auch gerade das geht so jetzt haben wir auf jeden fall einmal die verstärkung hin jetzt gestalten wird das cover vorne noch schön das wollen wir auch ein bisschen schön haben nur kurz ein bisschen aufräumen aufräumen die musik bitte stellt sich jetzt vor so dass ich habe ich hier jetzt schon mal papier zurecht gemacht hat er noch nicht zurecht gemacht aber ausgesucht also jetzt vorne das passt eigentlich ganz gut zu diesen zu diesem büchlein und da müssen wir jetzt einmal kurz was wir da brauchen so ich habe hier 9,5 ich habe ein bisschen schief geklebt sehe ich gerade 9,3 das lässt sich aber nachher diese lücke kann man nachher ein bisschen bisschen noch überkleben mit band in diesem fall arbeite ich mal so 9,5 auf 9,3 mal 17,4 das habe ich gerade noch im kopf dann brauche ich nur kurz mit schneider wieder ich wollte mit dieser seite anfangen ich brauche 9,5 ich brauche 9,5 ich messe ich messe noch mit der letzten 20 so und ich nehme nur diesen oberen teil jetzt haben wir hier einmal passend die vorderseite ich mache das dass ich das jetzt hier auch einmal ein bisschen zurecht schneide weil ich ja sonst so vorne so ein überstand habe muss ein kleiner winkel rein das wird jetzt natürlich nicht ganz so einfach natürlich einmal mit der schere weil das wahrscheinlich besser geht als mit dem schneider ich nehme nur eine große schere ich nehme nur ein bisschen zurecht damit das ein bisschen besser passt wenn ich den überstand habe unten deutlich besser so jetzt hat das hier eine schöne kante passt hier überall gut das ganze klebe ich wieder drauf da kann ich diesmal aber wieder kleber nehmen wo ich ein bisschen mehr damit das gut passt gut hält könnte zum anlegen nehmen immer schön überrandrücken noch mal kräftig abrollern dann habt ihr hier gleich ein cover das hier diese kante die kann man nachher noch gut verziehen also ich mache hier eh noch was drüber ich habe hier noch so ein fake leder muss mal gucken ob ich vielleicht auch schon ein anderes aussuche ich weiß ich gar nicht so weiß ob das so passt obwohl das geht doch kann man nehmen glaube ich doch kann man nehmen das klebe ich nachher noch einmal über die Rückkehrseite also über den Buchrücken und hier unten mache ich natürlich das nochmal dass ich auch das noch einmal gestalte so die Rückseite mache ich jetzt genauso wie die Vorderseite und dann zeige ich euch wie man das so anbringt und dann zeige ich euch noch wie ich was mache um das ganze zu verschließen und jetzt mache ich erstmal weiter so ich habe jetzt einmal die Vorderseite und die Rückseite beklebt mit Papier nochmal dass das Cover fertig ist und jetzt kommt nochmal hier hinten wie gesagt nochmal was zur Verzierung drauf dazu nämlich hier jetzt diesen etwas glänzendes dieses etwas glänzende Fake leder was ich jetzt hier einfach so rum mache das ist ein bisschen einfacher weil das muss nicht ganz auf Spannung sein das ist okay und das war jetzt gut wenn das ein bisschen lockerer ist dann lässt sich besser besser öffnen und schließen dann wäre das gut so nur gucken jetzt kann man hier einmal arbeite ich hier vorne mit Klebeband ganz einfach leicht wie man gesehen hat ich gehe ein bisschen über diese Kante rüber ein bisschen ausgleichen kann man nachher noch einmal abreißen ich mache hier so ein ganz bisschen über diese Kante rüber das war weil das der Fake leder da auch ein ganz bisschen drüber geht dann mache ich einfach hinten hinten auch noch einmal dass da anerkannte das wieder gut klebt da geht das Klebeband zu Ende aber ich habe mir schon vorsorglich neu sehen gelegt wie gesagt das ist ja das gute von Action da haben wir ja noch ein paar Rollen dran vorsorglich gekauft da kann man das Klebematerial ist auch was das kann man als Bastelsgestalter nie genug immer auch haben das ist eine schlimmere Sache als wenn das ausgeht weil bei fast jedem Projekt braucht man einfach Kleber dann jetzt wieder einmal wie immer einmal abziehen erstmal nur auf einer Seite mal ein bisschen gucken dass es gerade ist dann die Vorderseite kann ich nochmal abschneiden dann schnüppel hier ja manchmal weigert sich das ein bisschen so das auch dann jetzt einfach die Rückseite drauf am besten auch einmal wieder ein bisschen Anrollen an ist das gut nicht verklebt dann geht das halt hier so ein bisschen vor aber so lässt sich das dann mit am besten noch öffnen muss ich auch wieder ein bisschen einbiegen weil man jetzt natürlich ein bisschen zusätzlichen Druck da hat aber das geht in der Regel und das gibt natürlich auch durchaus noch zusätzliche Stabilität dann lass mich hier mal noch aufschlagen hier wie gesagt ein bisschen gegenbiegen dann hält das auch wieder besser wie gesagt das ganze spielt sich ja noch ein bisschen ein so dann hat man das und jetzt diesen Übergang hier den kann man eigentlich auch immer schön noch verziehen ich habe mir da jetzt mal dieses Band hier ausgesucht ich finde das macht eigentlich einen ganz schönen Übergang ja das haut doch mal der breite von dem hier ganz gut hin von dem Klebeband hier schnitt mir die immer kurze gerade Kante schnitt mir die immer kurze gerade Kante schnitt mir die immer kurze gerade Kante dann einmal hier rüber dann einmal hier rüber ja ich brauche auch mal den Adler zum abholen geht besser das Band kann man raufkleben ruhig erstmal ein bisschen rüber gucken kann man die Kante nachher besser gerade abschneiden dann kann man das auch noch schön hier links kleben dann noch einen schönen Absatz schönen Übergang und noch einen abschneiden so das ganze auf der Rückseite auch immer so dann ist natürlich dass man jetzt hier über die Kante auch nochmal Klebeband rüber macht und was rüber klebt dass man die ganze Übergangskante hier natürlich auch noch ein bisschen stabilisiert dann halt den doppelten Defekt einmal sieht es besser aus finde ich und zweitens hat man hier noch ein bisschen Stabilität drin damit sich das dann nicht lösen kann das wäre der Worst Case wenn sich dann nachher irgendwas löst das wäre der Worst Case jetzt abschneiden dann hat man hier erkannt nochmal nochmal und jetzt mache ich einmal Verschluss vorne ich mache ich mache da wie immer ich werde den jetzt überall gemacht dann mache ich wieder Benzel nehme ich wieder mal eine gute Crocodile hier um wieder auf Stand zu stellen dann brauche ich einmal noch wieder die Mitte jetzt können wir gleich schützieren ist schlecht ähm muss doch mal kurz noch Stift hier halten so gerade keine Beispiele so 17,4 Hälfte ähm 80,7 dann einmal die Mitte markieren ungefähr einen kleinen Punkt gesetzt und dann einmal mit der Crocodile da rüber ja das ist immer noch ein bisschen vom Kram hier noch nicht und gucken ja ein bisschen weiter rein dass das nicht zu dicht am Rand ist damit es nicht ausreißen kann ja ich glaube da habe ich nicht noch etwas vertan hm das Ganze auf der Unterseite dann jetzt auch noch das Ganze auf der Unterseite dann jetzt auch noch noch wieder mit dem schönen Ding hier einmal ein bisschen Peilung aufnehmen quasi und einmal durch und einmal durch haben wir da noch haben wir da noch da kommen jetzt die Nieten durch welche habe ich innen genommen habe ich jetzt die gleichen die 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 umstellen nicht vergessen 怎麼辦 die 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 dort auf der rückseite auch wenn wir hier einmal die nieder durch dann einmal band ich habe wieder dieses braune band genommen was ich damit auch für die anderen durch knoten rein und das ganze natürlich auf die rückseite hier das band nicht zu kurz machen von vornherein lieber nachher noch ein bisschen kürzen ist das ärgerlicher als zu kurzes band und dann haben wir hier zum zumachen dann können wir hier ganz normal einmal und schon hat man ein fertiges foto album jetzt kann man hier schleife aufmachen kann auch diese schleife machen muss man nicht und dann haben wir hier unser foto album und hier die letzte seite so sieht das jetzt einmal von außen aus und wie gesagt so hat man ein kleines foto album 18 also bei diesen kleinen mit sieben berichtumschlägen gesamt hat man immer platz für 18 foto und das ist was was doch vom material her relativ einfach ist nicht so extrem fehlen ich finde auch nicht so extrem aufwendig und womit man auf jeden fall jemand schnell mal eine freude machen kann weil man halt das ist halt ja doch immer noch was anderes finde ich wenn man so ausgedrucktes foto irgendwo drin hat und da so ein bisschen durchblättern kann das foto man die hand nehmen kann ist ein bisschen was anderes als wenn man das immer nur digital hat mit dem haktischen effekt das ist so ein bisschen wie auf dem ebook reader lesen und ein richtiges buch in der hand haben mit dem gefühl dazu ist es doch noch mal ein anderes erlebnis und eine schönere erinnerung finde ich persönlich zumindest so wie gesagt das ist jetzt fertig da mache ich noch ein geschenkkarton zu und dann kommt das ganze wahrscheinlich in den actually shop rein da könnt ihr auch jederzeit gerne mal wieder reingucken da werden jetzt auch mal wieder artikel reinkommen und ansonsten danke ich euch fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen lasst mir gerne mal einen kommentar da wie es euch gefallen hat ob ihr mit der anleitung was anfangen konntet ob das ausführlich genug war oder ob ihr euch da noch mehr wünscht an informationen oder mitnehmen einfach wie es euch gefallen hat wir freuen uns immer über einen netten kommentar über einen daumen nach oben und natürlich freuen wir uns auch über ein abo und ansonsten danke für eure treue dass ihr einfach bei uns bleibt schaut gerne weiter zu es wird immer wieder was kommen ich werde als nächstes wahrscheinlich eine steampunk flasche gestalten also so eine beleuchtete flasche mit reispapier und so da mache ich dann auch ein live video zu so gesehen wie ich also nicht direkt live video aber ein video zu wie ich das gestalte und ansonsten nur kurze anmerkung zu diesem video ich hatte ja am anfang des videos gesagt dass Andrea noch flach liegt und ich erstmal videos machen kann das erstellen dieses ganzen hat doch länger gedauert als ich dachte deswegen waren jetzt schlussendurch schon wieder videos von Andrea oben also wundert euch nicht so an dieser stelle war es das erstmal ganz liebe grüße aus der bastel oase jetzt